Ich überlege mal für euch persönlich, für euch allein einfach nur, was man sich für Geld kaufen kann. Was kann man sich alles für Geld kaufen? Und jetzt in einem zweiten Schritt überlegt bitte einmal, was man sich für Geld nicht kaufen kann. Ich kann es einfach nur für euch persönlich. Euch sind sicher diverse Sachen eingefallen, die man nicht für Geld kaufen kann. Eine Sache, die man nicht kaufen kann für Geld, ist ewiges Leben. Ewiges Leben gibt es nicht für Geld. Und heute in dem biblischen Text, den wir miteinander betrachten, geht es um ewiges Leben und es geht um sehr viel Geld. Und ich lese euch den Text aus Markus 10, das sind die Verse 17 bis 27. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann. All diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagt zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Unser Predigtext beschreibt eine Begegnung, eine Begegnung zwischen Jesus und einem jüdischen Mann. Der Mann kommt mit einer Frage zu Jesus, einer sehr, sehr wichtigen Frage. Denn er will wissen, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Von dieser Begebenheit berichten auch die Evangelisten Matthäus und Lukas. Und durch ihren Bericht erfahren wir noch ein kleines bisschen mehr über diesen Mann. Denn er ist nicht nur reich, sondern auch jung, man weiß nicht wie jung, jung, aber er ist ein jüngerer Mann und er ist gesellschaftlich angesehen. Also jung, reich, angesehen. Das klingt nach einer Erfolgsstory, wird es aber nicht. Es ist die einzige Berufungsgeschichte im Neuen Testament, die mit einem glatten Misserfolg endet. Wie konnte das passieren? Wie konnte es dazu kommen? Dieser Mann war doch noch dazu fromm. Der war doch bereit, Gott zu folgen. Er glaubte an Gott, er befolgte die Gebote. Als Jesus zu ihm sagte, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst Vater und Mutter ehren, da kann er frei heraus antworten, das habe ich von jung an, von klein auf getan und befolgt. Hey, das ist nicht schlecht. Das ist eine Sache, die viele von sich gar nicht sagen können. Und von daher, der hat die Gebote Gottes ernst genommen. Ihm war das absolut ernst, Gottes Gebot zu befolgen. Also da steht vor Jesus dieser Mann. Er ist reich, er ist jung, er ist angesehen und er ist zutiefst fromm. Er schaut auf Gott. Wo war da der Haken an der Sache? Wo hakt es, dass es trotzdem nicht zu einer Erfolgsgeschichte für ihn wurde? Und an dem Punkt kann man es eigentlich ganz einfach zusammenfassen. Dieser Mann ist nur bei sich selbst geblieben. Er hat auf sich geschaut. Seine Frage war, was muss ich tun, was muss ich einbringen, damit das klappt mit dem ewigen Leben? Und in dieser Frage steckt das Problem des Mannes. Und das eine Problem ist sein Stolz. Der Stolz, dass er denkt, ich, ich bin in der Lage, das zu erreichen. Ich bin ein toller Hecht. Denn von klein auf befolge ich die Gebote. Ich, ich bin anerkannt, ich habe Besitz. Ich kann meinen Besitz vernünftig verwalten. Ich bin in der Lage, mir das ewige Leben selbst zu verdienen. Das kann ich schaffen. Und dieser Stolz ist so eine Ursünde von uns Menschen. Dieser Stolz, dass wir denken, wir können es uns selbst verdienen. Wir können es alleine schaffen, vor Gott zu genügen. Und mit diesem Stolz in so einem direkten Zusammenhang ist eine Fixierung auf den Besitz, auf das, was ich habe und auf die Leistung, auf das, was ich leisten kann. Mein Wohlergehen hängt davon ab, was ich leiste und was ich habe, was ich anzubieten habe. Immer wieder geht es darum, das habe ich, das besitze ich. Und ganz ehrlich, wir leben doch genau in so einer Kultur, dass wir ganz stark davon geprägt sind. Was kann er leisten? Was hat sie gebracht? Was besitzt er? Was hat sie? Wir gucken immer wieder auf das. Was schaffst du? Was bringst du? Was hast du denn? Und so sind wir von klein auf darauf ausgelegt, es geht um mein Leisten, um mein Besitzen. Und damit ganz eng verbunden ist immer wieder diese Angst, nicht zu genügen. Das kennt jeder von uns. Habe ich genug gebracht? Habe ich genug geleistet? Besitze ich genug? Reicht es aus, was ich zu bieten habe? Was ist, wenn ich nicht genüge, wenn es nicht ausreicht? Was ist, wenn ich eigentlich letztlich es mir gar nicht verdient habe? Diese Angst gehört zu uns dazu. Diese Angst, was, wenn meine Leistungen nicht ausreichen? Und mit diesem Thema, mit dieser Frage, mit diesem Denken steht der reiche Mann vor Jesus und hofft, dass er hier an dem Punkt angekommen ist, wo er eine Antwort bekommt. Denn da vor ihm steht dieser gute Lehrer, dieser Lehrer, der es wissen muss, der es wissen kann. Und der, der soll ihm doch bitte sagen, wo vielleicht der eine Punkt in seinem Leben ist, wo er noch dran feilen muss, wo er noch dran arbeiten kann. Vielleicht gibt es da ja noch eine fromme Leistung, die ich erbringen kann. Vielleicht mehr Almosen geben, noch mehr in den Tempel gehen, vielleicht einfach anders zu beten, noch mehr zu beten. Und dann kommt von Jesus die Antwort, nur ein, stell mir vor, wie der Junge fehlt dir noch, sagt Jesus zu ihm. Und ich stelle mir vor, wie der junge Mann jetzt wirklich, er hat es gehört, eins fehlt mir noch. Und wo er jetzt die Ohren und Augen ganz weit aufreißt, weil er denkt, jetzt kommt der eine Punkt, vielleicht das eine Gebot on top noch. Wenn ich das noch halten kann, wenn ich das noch einbringe, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und so schaut er gespannt auf Jesus. Aber Jesus gibt ihm nicht noch das eine Zusätzliche. Jesus setzt nicht auf Quantität, das eine mehr noch, sondern Jesus geht es immer und immer wieder um Qualität. Es geht ihm nicht darum, ist deine Gesetzestreue noch irgendwie zu erweitern, sondern Jesus geht es darum, was ist eigentlich deine Herzensausrichtung, wenn es um die Gebote Gottes geht? Was leitet eigentlich dein Herz? Wie stehst du eigentlich zum ersten Gebot? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erwartet er, dass der junge Mann sich damit auseinandersetzt. Wo steht eigentlich mein Herz? Und Jesus kennt diesen Mann und weiß, wo das Herz des Mannes schlägt. Und direkt auf den Punkt zielt er und sagt, verkaufe alles, alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Jesus wusste genau, was den Platz Nummer eins im Herzen dieses Mannes hat. Und der reiche Mann, der das hört, wurde traurig. Er wurde traurig, weil er an dem Punkt, an der Stelle getroffen wurde, wo er merkte, das kann ich überhaupt nicht leisten. Zu dem Schritt bin ich nicht bereit. Für ihn war klar, wenn ich meinen ganzen Besitz weggebe, dann habe ich alle Sicherheiten verloren. Was bleibt mir denn dann noch? Ich denke doch immer, wenn ich nichts habe, dann bin ich nichts. Wenn ich das jetzt alles weggebe, dann gebe ich meine Sicherheit weg. Ich gebe meine Annehmlichkeiten weg. Ich gebe mein Ansehen weg. Ich gebe das weg, was mir letztlich Ruhe verschafft. Ich kann das nicht weggeben. Für ihn war die Vorstellung, sich von seinem Geld zu trennen, unvorstellbar. Und so wird sein Geld der Stolperstein für ihn. Jesus bringt es in der Bergpredigt ganz klar auf den Punkt, da sagt er, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld, dem Besitz, der euch gefangen genommen hat. Und das ist der Punkt. An meinem Umgang mit meinem Geld und mit meinem Besitz kann ich sehr deutlich ablesen, wo mein Herz ist. Wie meine Beziehung zu Gott ist. Wie geht es mir damit, wenn es ums Spenden geht? Wie viel bin ich bereit, einfach von dem, was ich habe, wegzugeben? Im Vertrauen auf Gott und zu sagen, ich vertraue dir. Du wirst dafür sorgen, dass genug da ist. Wozu bin ich bereit, was nehme ich auf mich, um an mehr Geld zu kommen? Wie viel Raum nimmt Geld in meinem Denken, in meinem Handeln ein? Wie gut kann ich Geld loslassen? Geld ist ein sehr guter Gradmesser, um zu sehen, welchen Platz Gott in meinem Herzen hat. Und der reiche Mann hat das Geld an die erste Stelle in seiner Prioritätenliste gesetzt. Für ihn war klar, darauf kann ich nicht verzichten. Und deshalb war es für ihn einfach nicht möglich, dieser Einladung Jesu zu folgen. Diese Einladung, die er wahrscheinlich noch nicht mal gehört hat. Denn Jesus stand vor ihm und sagt, komm und folge mir nach. Diese Einladung ging für den Mann ganz unter. Jesus hat ihn eingeladen, lass alles los, was dich bindet und sei ganz dicht dran an mir. Und er konnte es nicht. Er konnte es nicht hören, er konnte es nicht an sich ranlassen. Und das ist aber die Einladung, mit der Gott jeden Menschen erreichen will. Er will jeden von uns so erreichen und sagen, lass alles los, was dich bindet, was dich festhält. Lass alles los, von dem du denkst, es ist so wichtig und es gibt dir einen Platz und es gibt dir Sicherheit. Lass alles los, was dich gefangen nimmt, damit ich dich in die Freiheit führen kann. Denn die wirkliche Freiheit findest du nur bei mir. Jesus sagt, sei mit ganzem Herzen bei mir. Dein Herz soll mir gehören. Und dieser frau Mann konnte das nicht hören, konnte es nicht zulassen. In seiner Vorstellung war klar, da ist Gott, der eine allmächtige Gott. Und er ist der Gesetzgeber, der Kontrolleur, er ist der Richter, er ist der Chef. Aber er konnte nicht den Gedanken weitergehen, dieser eine wahre Gott ist der Retter und der Erlöser. Der reiche Mann hatte sich Rettung und Erlösung von was anderem erhofft. Er dachte, dass er die Befreiung von seinen Ängsten, von seinen Sorgen, dass er die Freiheit von all dem, was schwierig erscheint. Und diese Gewissheit fürs ewige Leben, die muss ich mir selbst verdienen und selbst erarbeiten. Da bin ich auf mich angewiesen. Es liegt in meinen Händen, ob ich genügend Leistung bringe. Und die Vorstellung dann, ein Leben ohne seinen Reichtum zu führen, war eben einfach nicht drin. Denn für ihn war klar, der Schlüssel in meinem Leben zu einem befreiten und erlösten Leben liegt in meinem Reichtum, liegt in meiner Leistung, liegt in dem, was ich einbringe und besitze. Und da ist der Punkt, so von außen betrachtet kann man sagen, ja, wie blöd von dem. Aber letztlich, wenn wir mal auf uns schauen, wie oft setzen wir unsere Hoffnung und unsere Sicherheit auf unseren Besitz, auf das, was wir leisten und erbringen. Wie sehr kleben wir an dem, wo wir denken, davon erhoffe ich mir, dass es gut wird. Das denke ich, dass ich brauche, damit es gelingt. Wir setzen immer wieder unser Vertrauen auf unseren persönlichen Besitz und auf unsere Leistung und erhoffen uns davon Erlösung und Wohlergehen. Wir sind überhaupt nicht weit weg von diesem reichen Mann. Und wenn wir wirkliche Rettung und Erlösung und Befreiung erleben wollen, dann müssen wir Jesus den ersten Platz geben, den allerersten Platz in unserem Herzen und sagen, alles andere, Herr, ordne ich dir unter und ich vertraue darauf, dass ich nicht zu kurz komme. Und ich vertraue darauf, dass du besser für mein Leben weißt, was gut für mich ist, als ich es weiß. Für viele ist es das Geld, was sie gefangen nimmt. Ich glaube, oft ist uns überhaupt nicht bewusst, wie viel Macht Geld über uns hat. Aber es können auch andere Dinge sein, die euch so sehr festhalten, die euch gefangen nehmen. Sei es, dass wir auf unsere Kompetenz schauen, auf unseren beruflichen Erfolg, den Wunsch nach beruflichen Erfolg, dass wir Beziehungen den obersten Platz geben. Immer wieder Punkte, wo wir sagen, ja, das ist es. Das ist so wichtig für mich. Und dann ist es an uns, dass jeder für sich prüft, wo? Wo ist der Platz von Jesus in meiner ganzen Prioritätenliste? Jesus, bin ich bereit, dir Platz eins zu geben? Und kann ich mir vorstellen, all das andere von dem, was ich habe oder von dem ich mir wünsche, dass ich es gerne hätte, dass ich das dem unterordne und sage, du hast Platz eins. Du bist der Herr und Gott in meinem Leben. Prüft es für euch. Und der Punkt ist, wenn ihr es vor 20 Jahren, diese Prüfung geschafft habt und gesagt habt, doch, Jesus, ich habe dich eingeladen, dann heißt das noch lange nicht, dass es 20 Jahre später immer noch so ist. Letztlich geht es jeden Morgen darum, wenn ich aufstehe, dass ich für mich prüfe, wer hat heute Platz eins in meinem Herzen? Wer darf mich heute in Rage bringen? Wer darf heute meine Leistung bestimmen? Wer darf heute bestimmen, wonach ich mich sehne und was mir wichtig erscheint? Und wie ich mit Menschen umgehe? Und was will ich heute Morgen wieder loslassen? Denn das Loslassen fällt uns oft so schwer. So wie diesem reichen Mann, er konnte nicht loslassen. Und deshalb bringt Jesus es sehr klar auf den Punkt. Er sagt nämlich, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Könnt ihr euch einfach einmal im Kopf vorstellen, eine Nadel mit einem Öhr und ein Kamel. Habt ihr es im Kopf? Dann stellt euch vor, wie das Kamel durch das Nadelöhr geht. Es geht nicht. Es geht nicht. Und so ist es für diesen Mann. Es wird nicht gehen. Er kommt nicht ins Reich Gottes. Es wird nicht gehen. Für diesen Mann wird es so nicht klappen. Und deshalb bekommen die Jünger einen großen Schreck. Sie erschrecken sich. Was wird dann aus uns? Wie kann man denn dann dahin kommen? Wer kann denn dann gerettet werden? Das ist ihre große Angst. Und Jesus gibt eine ganz klare Antwort. Niemand. Durch dieses Nadelöhr kommt kein Kamel. Und deshalb kein Mensch kommt in das Reich Gottes. Niemand kann gerettet werden. Und das muss uns deutlich sein. Egal, wie toll ihr heute Morgen vielleicht schon wart und wie freundlich ihr jemanden begrüßt habt, den ihr vielleicht gar nicht so gerne mögt. Es nutzt uns nichts. Deshalb bitte ich euch trotzdem, dass ihr nächsten Sonntag alle freundlich begrüßt. Es geht mir nicht darum, es ist dann ja auch egal, wie ich mich benehme. Sondern es geht darum, dass uns einfach klar sein muss, wir kommen da nicht rein. Wir schaffen das nicht durch unsere Leistung und unseren Besitz. Niemals. Nie. Und wir können es uns nicht erkaufen. Von daher auch mit meinem Geld. Ich kann nichts mit meinem Geld erreichen. Kein Mensch ist von sich aus in der Lage. Egal, wie sehr er sich abmüht. Egal, wie viel er einbringt. Egal, wie fromm und leistungsfähig wir sind. Wir sind angewiesen auf Gnade. Und diese Erkenntnis tut uns weh. Die knabbert an unserem Stolz. Es ist uns unmöglich, uns selbst zu retten. Das tut uns weh. Ich werde niemals genügen. Das ist ein Punkt, den wir einfach für uns schlucken müssen. Und an dem Punkt tritt Jesus für uns in die Bresche und sagt, ich bin der Reiche. Jesus ist der, der reich war und alles hatte und dann das Himmelreich verlassen hat und in diese Welt kam und gesagt hat, ich werde für euch arm. Und ich lasse alles los. Alles, was ich jemals besessen habe, an Macht, an Besitz. Ich lasse alles los und werde für euch arm, damit ihr gerettet werdet. Paulus versucht es den Korinthern zu erklären. Er schreibt, Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und das ist der Punkt. Gott ist eben nicht nur der Gesetzgeber und der Richter, sondern Gott ist an allererster Stelle der Retter und Erlöser. Er ist der, der uns rettet, der an unserer Stelle alles weggibt und sagt, ich lasse alles los und ich werde arm. Ich besitze nichts mehr und werde so aus dieser Welt gehen. Er hat unseren Platz eingenommen, weil er weiß, wie schwer es für uns ist, loszulassen. Es fällt uns nicht leicht, Dinge loszulassen. An vielen Stellen scheitern wir sogar und kleben immer noch dran und sind fixiert auf die Sachen. Und an der Stelle anzunehmen, und Jesus ist für mich in die Bresche gesprungen. Aus Liebe und Gnade hat er gesagt, ja, ich bin der Reiche, aber ich lasse alles los, weil es dir immer wieder nicht gelingt. Und sagt, du bist gerettet aus Gnade, aus meiner Gnade. Und diese Gnade gilt für dich, weil ich dich ohne Ende liebe. Es ist nicht irgendein Gnadengeschenk, weil ich mich gnädig über dich erbarme, sondern weil mein Herz danach schreit, dass du mir nachfolgst und dass du in meine Gegenwart kommst und weil ich so gerne mit dir zusammen sein möchte. Und deshalb aus Gnade, ich gebe dir alles. Und es ist ein Geschenk für uns, was wir einfach annehmen können. Wir müssen uns nichts erarbeiten und wir können uns auch nichts erarbeiten. Gott sagt, ich rette dich aus Gnade. Bei mir bist du gerettet. Und so ist es. Jesus ist hier vor uns und sagt, ich kenne dein Herz. Ich kenne deine Sehnsucht nach Leben, nach ewigem Leben. Ich kenne deine Sehnsucht nach Freiheit. Und ich will dir das alles schenken. Du sollst es bei mir bekommen. Nur einfach gib mir die erste Stelle in deinem Herzen. Richte dein Herz ganz auf mich aus. Und ich schenke dir alles. Jesus sagt, lass los und vertraue mir. Lass los und lass dir an meiner Gnade genügen. Amen.